Manfred Lorenz. Ich war acht Jahre in Brasilien, um dort eine Pflanzenschutzfabrik aufzubauen. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie uns Clowns und Clownfrauen sehen? Dann bin ich froh und erwarte eine lustige Atmosphäre, weil Ihr seid meistens spaßig drauf, mit Euch mitspielen und eventuell mitsingen. Ich gehe gerne schwimmen am Wörtersee, am Strandbad. Und meistens gehe ich am ersten Steck ganz raus. Der gesamte Körper ist in Bewegung mit einer Tätigkeit. Ich gehe mich noch nicht mehr, mein Lieberdachar. Der dieser Tätigkeit kann ich mir nicht Cannon, wie ich wirklich genau bin. Ich bin ein Wörter coronavirus. Ich habe mich unter dem Börteren imванigen Böke, wo ich die Probe von uns im Böke aufgehängt. Ich bin ein Stich und vonisiin Wörteres, aber ich habe mich in den Böke. Ich habe ihm einen Stich und marken, Vielen Dank.